dann springen wir jetzt mal hier runter mit nem körper ja ich wusste dass das sieht dass die das sieht dass die sofort angreifen werden eine urinär was soll ist denn das bitteschön urinär was zur hölle fünfte essenz longgrube reines silber da ist da noch eine aber die ist weit genug entfernt die stört mich nicht ich muss anscheinend hier rüber denn ja wusste ich doch ja die hat es erwischt hat bis zum bitteren ende gekämpft also jetzt hier oben lang ja gespannt wo das hier hinführen wird die ärzte nehmen wir mal mit blut tropfen sie wurde zerstückelt wahrscheinlich von zwei personen der rest der mannschaft ist weiter wie viele mögen da noch übrig gewesen sein nicht mehr viele anscheinend das ist einfach nur ein hitzkopf der typ das ist klar dass der fläche verliert so dass noch eisenerz darin könnte von mehr von wichtigkeit sein ich weiß es aber noch nicht ganz ja da noch mal was bitte mal spitz hacke auch wie geil ist das denn ja noch ein paar fliegende kreaturen wie geil ist das denn ich meinte aber eigentlich diesen baum geil ja stimmt ich wir machen ja brandschalen mit unserem schwert da komm du her urinär so da hat sich's ausgeflogen mit euch da hat sich's ausgeflogen mit euch harpien das ist mal also harpien harpien eier einfach mal ein baum in der höhle krass unsere katze ist bald alle ne die hält nicht mehr lang assassinen assassinenstiefel ach da ist auch schon die katze erloschen das ist doch lang hält's nicht mehr das ist doch lang hält's nicht mehr köcher abbekommen verdammt viele pfeile müssten so ungefähr 15 stück gewesen sein ich höre schon das nächste die tier in dieser mine noch eine katze noch eine katze hey du ach man geh weg hier motor heute aber hab ich da nicht schon mal eine davon erlegt gehabt so du brennst erstmal schön kollege und da oben ist auch noch einer aber ich geh erstmal in die richtung denn hier gibt's nämlich noch ganz schön viele sachen und sie steht ihn gehen zu lassen wäre doch dumm unter anderem auch materialien zum craften von sachen so kommt mal her so du brennst oh ah Giftnebel das ist natürlich ein schöner Trick ne mit Giftnebel und hier geht's raus ich müsste mal ganz kurz eine Stunde meditieren ähm weil ich halt kaum noch Tränke hab und was ich mir schon mal im Vorfeld nachgeguckt habe und zwar wir haben nur noch die Quest ähm die hier und die ist nämlich genau hier das habe ich nämlich mal nachgeschaut nachgeschaut das das habe ich schon mal gesehen ein Eistroll aber du kommst ja auch Feuerschaden zumindest sollte er das wir brauchen anscheinend das hier so haben wir noch Bomben nun mal so am Rande gesagt wir hatten doch noch äh wir hatten doch noch die waren hier drüben allerdings ne die Bomben Kartetsche physischer Schaden Silberschaden Feuerschaden die würde zumindest was bringen wie kann ich denn die ausrüsten Mondstaub brauche ich nicht den Drachentraum den kann ich gebrauchen ne hier ach Mensch hier muss ich mal kurz an an Reichweite gewinnen so das wird wieder ein Kampf auf Leben und Tod er kriegt er kriegt er kriegt wenigstens Schaden dadurch Silberschaden und aber auch äh hier Gift bringt wahrscheinlich nicht so viel okay dann brauche ich nochmal ganz kurz ähm den Drachentraum der bringt ja Feuerschaden die Meritium Bombe naja brauche ich nicht jetzt gerade nicht wirklich die Kartetsche ist jetzt leer so hier Gift Schaden und Feuerschaden wir das Hexerschild aktivieren wie schön der Troll auch brennen kann ne hier paar mehr au ok 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 ich sollte tatsächlich immer mein Schild aktiviert halten das könnte mir tatsächlich schon viel bringen ja der Kampf der wird ein Stück down ok ok was habe ich noch ich habe noch einen Bovist und noch einen Drachentraum ne habe ich keine mehr Mist so ein paar Schläge boah der Kampf der ist schon ganz schön intensiv ok Hexerschild rein und dann Schläge mit Brandschaden hinterher Kollege du so wir kommen den Brandschaden mit unserem Schwert das ist in dem Fall wirklich wie wäre es wenn du wieder mal angreifst boah alter ok ich muss neues ausrüsten wir haben keine Schwalbe mehr wir hätten noch das Hühnchen noch Konsumgüter die Schwalbe brauche ich gerade nicht davon haben wir auch keine mehr Mist wer ist denn wenn du mir mal angestürmt kommst Junge ich ich wusste gar nicht dass der so ein harter Brocken ist das ist der Grund warum ich dann immer ein starkes Silberschall dabei habe ok allein durch das Blocken macht er mir einen Heiden Schaden aber lang hältst du auch nicht mehr durch Kollege du bist auch bald weg so Flammenschaden Mist Mist hier Igni ah fuck Mensch was hält denn da aus wir haben da wir haben da geil ja ja die wurde auch legendär bewacht so Schmiede Werkzeug aber verziert das muss das Werkzeug sein das Johanna gemeint hat denn jetzt genau jetzt fahre ich fahre ich nämlich jetzt erstmal mit der anderen Nebenquest fort und zwar der Herr von Undwig mit dem fahre ich nämlich jetzt fort boah der Kampf der war gerade echt der hat es in sich gehabt 13 Minuten allein gegen den gegen diesen äh troll gefightet der war stark der hatte mächtig Power gehabt du die Schwalbe würde ich gern wieder mal auf die Bratäpfel legen boah der Kampf ne der hat es in sich gehabt wo geht es denn hier rein hier ne doch nicht dann hier die Speisekammer des Riesen er hat einige Männer angeheuert aber von Chalma fehlt jede Spur ich muss weitersuchen Chalma ist hier vorbei gekommen ganz sicher ja welche haben wir denn da ah na kommt mal raus ok ich muss das erstmal raus denn wenn einer hoch geht dann ist ja alles voller Gift das heißt ich würde das gern mit mehr Strategie machen den Kampf gegen die drei und da ist auch schon der erste hoch gegangen ja und da waren es einfach mal alle drei Leichenfresser alter Schwede zeig mir die Vorratskammer dann zeig ich dir die Mäuse alles klar viele alte Spuren der Riese muss hier oft entlang gegangen sein so dann geht es ja wahrscheinlich nach unten lang das erste wenn ich noch wenn die Quest zu Ende ist dann mache ich dann die nächste Quest mit dem Schmied weil weil es da anscheinend äh ja da gibt es halt eben Rüstung finde ich Chalma und sagen wir gehen mal hier lang denn das sind laut Lausch die neuen Spuren gewesen die hier die hier lang führen ich bin hier mal gespannt wo führt mich das jetzt hier hin ach das ist doch hier der Szene wo wir vor uns waren ach okay wir sind falsch gelaufen hier ist nichts mehr keine Spur und auch der Weg führt mich woanders hin ah Riesenspuren oder? ja Riesenspuren aber die folgen ja denen folgen wir ja nicht wir folgen ja anderen Spuren und seines läuft auch hier hoch das heißt wir sind hier falsch na fantastisch und da gehen aber keine Spuren lang oder habe ich noch ein paar Spuren übersehen und zwar die von Chalma ja aber die sind noch nicht markiert komisch ist hier entlang ja denn jetzt zeigt es mir auch diese Spuren hier an und ich kann dem Weg folgen mal gucken wo es lang geht links oder rechts wo geht es lang links gut wir waren also doch schon falsch es wird ja immer interessanter hier der Riese und seine Schau von Sirenen aber der heftigste heftigste Kampf war wahrscheinlich gerade der Eistroll der hat das in sich vom Schaden her und auch von dem was er ausgehalten hat da waren eigentlich nur vier Stufen über mir das heißt er hätte gar nicht so stark sein können wir waren doch wir waren schon richtig hier gewesen Fälle eines weißen Wolfs Fälle eines weißen Wolfs das große die großen Spuren sind die des Riesen aha ich ziehe mal schon mal zu Not mein Schwert denn ich sehe nämlich jetzt schon dass da ein paar Feinde sind ich habe sie gleich erledigt so ja da ist noch eine so das war's mit dir mein Freund ja Geralt Geralt ach Mensch Geralt ach ach toll das heißt ne ich kanns auch nicht mal schnell schnell reisen wie soll ich jetzt hier hochkommen Mensch ach Geralt ok wir sind jetzt hier ganz weit nach unten gerollt das heißt das heißt ich muss über den Spielstand mal laden Kontrollpunkt ja da waren wir fortgeschrittener ich muss einfach mal kurz den Spielstand laden ach Mensch Geralt ach die Steuerung ach die Steuerung es zeigte sich dass der Droide Moissack nicht daran dachte die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen Geralt und Jene versuchten Jalkrachern Krait auf der ihnen half den Widerstand des Droiden zu überwinden ach Mensch die Steuerung in dem Spiel die ist fantastisch immer das gleiche immer das gleiche mit dem Typ man fällt immer irgendwo runter und kommt da nicht mehr hoch finde Yalma jetzt sind wir ja jetzt schon wieder hier ne ach Mensch Junge wo der auch immer wieder hin geht ne der Typ da ist natürlich alles noch mal neu looten hier jetzt spring doch einfach auch Geralt springen der größte negative Punkt des Spiels ist die Steuerung anscheinend ansonsten Witcher 3 grandiose Spiel genial Geschichte da brauche ich glaube ich nichts mehr zu sagen aber an solchen Punkten hakt es dann doch immer das ist dann immer wieder etwas bescheiden bescheiden jetzt komm her die können vergiften so und weg damit gut Ich bin Chalma an Krayt. Ich werde deine Hilfe nie vergessen. Geralt von Riva. Der Geralt von Riva? Aus der Ballade von der Zauberin und dem Hexer? Du lebst noch. Sieht so aus. Richtig, verzeih. Hab nur gedacht, dass alles so lang her ist. Mein Vater hat mir von deinen Abenteuern erzählt. Nun, was suchst du auf Undwig? Dein Vater hat mich geschickt. Er braucht dich auf Arz Gellig. Unmöglich. Vater weiß, dass ich erst zurückkomme, wenn der Riese tot ist. Es hat sich was geändert. Auf Arz Gellig wird das Schicksal der ganzen Skelligen entschieden. Sie bereiten die Wahl eines neuen Königs vor. Das Schicksal der Skelligen entscheidet sich hier. Wenn ich diese Tat vollbringe, haben die Götter mich zum Herrschen auserwählt. Die anderen Thronanwärter warten bereits in Caer Trolde. Dann muss ich mich wohl beeilen. Zeit, dem Riesen gegenüber zu treten. Kommst du mit? Ich nehme an, du willst gegen den Riesen kämpfen. Mit mir oder ohne mich. Natürlich. Aber erst muss ich mich um Leif kümmern. Ihn in Sicherheit bringen. Leif ist tot. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Gehen wir. Und an diesem Punkt ist auch wieder mal heute die Folge zu Ende. Ich speichere erst mal wieder. Ist auch immer wieder so eine Sirene. Aber nicht hier anscheinend. Gut. Das heißt, dann bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss. Ich karafe. Tschüss. Tschüss. Shine Ihre Wiederaufleду. Sonst.